Das Sehen ist stimuliert, man sieht intensiver, die Farben werden leuchtender, auch die Musik wird intensiver erlebt, es geht durch Mark und Bein, alle Sinne sind stimuliert, das ist das eine. Das andere, und das ist wohl das Merkwürdige, Spezifische und wahrscheinlich auch das Unheimliche, auch Bedeutende, ist, dass die Grenzen zwischen Ich und Außenwelt, diese Grenzen irgendwie verschwinden. Willkommen zurück, meine liebe Nerdfreunde, wir sind hier live aus Salzburg, aus der Radiofabrik, und das ist Episode 17 der Radio Riverflow Show. Oh, this time we're coming back from the... Oh, schau, Allegro, da ist er, der Hund, hier oben. Wen hast du? Ah, den Dreckskerl da, der. Oh, my God, my friends, I think I gotta leave. Ah, schnell, geh her, Allegro. Da läuft er, ich hole die Axt. Was holst du? Ich hole jetzt die Axt für den Kripp. Bist du dir sicher bei dem, was du da gerade machst? Ah, zu fix. Jetzt ist er eh schon weg, geh. Fast hätte ich ihn gehabt, den Lump, den Elendigen. Und wen genau hättest du gehabt? Ah, den, der das letzte Mal auch die Sendung gemacht hat, wo du, weil ich geschlafen hast, geh, weil du einen Tee von dem gekriegt hast. Voll lecker ist er, hast du gesagt. Ja, und weggeschnacht bist. So schaut's ja mal aus. Und dann hat er meine Sendung gemacht, während ich geschlafen habe. Ja, was glaubst denn du? Und dass das jetzt nicht noch einmal passiert, hockst du jetzt da her und machst dein scheiß Radio, geh. Ze fix. Alles musst du selber machen, wenn du willst, dass es gescheit wird. Feigrad. Und jetzt, ohne weitere Verzögerungen, der große Herr Adam Allegro von der Schnulzen. So, geh her da doch. Danke für diese wunderschöne Einleitung. Wir sind hier bei Folge 17 von der Radio River Flow Show, der Let's Net After Hour. Und unser Außenreporter Karl Kolumnar ist hoffentlich ein bisschen weiter auf dem From the Plains Festival auf A Laune gekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hi, Tiger. Teach me, Tiger, how to kiss you. Show me, Tiger, how to kiss you. Take my lips, they belong to you. But teach me first, teach me what to do. Touch me, Tiger, when I'm close to you. Help me, Tiger, I don't know what to do. I know that you could love me too. But show me first, show me what to do. This is the first love that I have ever known. I want to squeeze you. I want to squeeze you. All of my love I will give to you. But teach me, Tiger, or I'll teach you. Tiger, Tiger, Tiger. Tiger, Tiger. Thank you. 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ...... ...... ...... ...... ......... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 music Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.